Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, eigentlich hatte ich ja mal vor, dass wir mal ein paar Nebenmissionen machen. Ich will einfach mal wieder Cash verdienen. Wir haben nicht allzu viel Cash, weil ich noch Cyber-Updates und so weiter und so weiter, also Chrom im Endeffekt kaufen will. Aber irgendwie werden wir hier von Mission zu Mission weitergereicht, weißt du? Man hat nicht mal zwischendurch mal kurz die Zeit, oder? Ich würde einfach mal sagen, hey, wir weichen einfach mal ab und ich bewege mich mal direkt auf Nebenmissionen zu, wenn ich die auf der Karte schon mal welche raussuche und sage, so, wir gehen da jetzt mal hin, mähen da alles nieder, was geht und dann, ja. Ja, ich höre, was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf dem Link, okay? Wird voll stabil und so. Scheint so. Ich werde euch jetzt ein bisschen beklauen, alles, was ich finde, nehme ich hiermit. Können wir vergessen, Alter. Nämlich schon überwachst, wirst du das hier sehen und wenn du was dagegen hast, wirst du schon was sagen. Und wenn du nichts sagst, hast du nichts dagegen. Boah, das war voll logisch, ne? Mahlzeit. Bist du hier lang? Das ist ja, äh, geile Karre hier, Alter. Äh, Mahiar. Was wollt ihr? Wo soll ich hin? Hat 500 Meter? Es ist ja voll weit. Alter, ich luft kurzes Stück. Oder können wir uns da hinworpen? Ratatatatatata, sagt er. Kartee, da rüber müssen wir. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir da jetzt uns hinworpen können. Da ist natürlich nichts. Dann werden wir uns einfach mal ein Kfz dranholen und dann ist gut. Kuckuck. So, gehen wir mal vor zur Straße, sonst kriegt ich kein Auto. Ach, guck mal, die Hell haben wir auch schon wieder. Ich muss sagen, ich will mal den mal wieder fahren. Gib mir den. So, bitte. Sie ist sehr gut in der Pfad. Ähm. Jetzt hat er Jackys Moped hier stehen und das... Oh. Ups. Das war voll nicht mit Absicht und so. Der hört sich noch ganz gut an hier. Hier brennt ein Auto. Oh, also was würde mir auch gefallen. Brrrr. Sieht fast ein bisschen an wie so ein Motorrad, ne? Alter, was ist denn hier los? Ist da Bullerei oder was? Oh. Fahren kann ich. Ich rette mit ihnen. Jo. Was geht? Wissen die, dass ihr sie beobachtet? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Riviere, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geiste sein. Du schon. Sein Geist. Du musst still sein. Unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja. Garage. Von hinten. Aber pssst. Leise, ja? Ja. Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind? Ist alles ruhig. Niemand rein? Niemand raus? Nun ja. Einmal sind sie raus für Proviant. Komm, wir fahren leise hin. Was machst denn du? Warum steigst denn du aus? Darf ich nicht? Mach ich auch nicht. Was denn? Alter, immer wenn ich in diesen Bereich reinfahre. Okay, okay. Dann halt nicht. Oh, hier lang ohne die Karre kaputt zu machen. Jetzt muss wieder sneaky Krusty, muss wieder arbeiten, weißt du? Das wird so geil. Das wird so einfach. Das wird überhaupt keine Probleme machen. Jetzt darfst du aussteigen. Okay, das Stück hätte ich wirklich laufen können. Hier, mal von oben gucken, bevor wir da... Ach toll, ich muss genau auf die andere Seite. Na, schöne... Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ah, das ist ja kaputt, oder? Sicherheitsgeschütz. Kannst du das hacken? Komm ich hier hoch? Gib dir Mühe, Mann. Hm. Schlecht aus. Können wir da irgendwie... hochklettern? Kann ich nicht. Wie sieht denn das da hinten aus? Wird eigentlich das Sicherheitsgeschütz... Das sehe ich von hier nicht, wa? Ah, jetzt. Können wir das Sicherheitsgeschütz hacken, bitte? Warum kann ich denn das nicht hacken, Mann? Ich würde das gerne hacken. Wenn das kaputt war. Das wird sowas von überhaupt nicht klappen, ey. Hackbar? Nicht hackbar. Er tritt die Mall. Gucken aber alle in die Richtung. Hätte ich vielleicht von der anderen Seite kommen sollen, wa? Oder sind da hinten noch welche? Was ist das? Kaputtes Auto. Nicht das. Ich will da hinten irgendwo was. Das da hacken. Generatorablenkung. Äh. Überlastung. Ablenkungsmanöver. Okay. Das hat voll überhaupt nichts gebracht, ne? Helft schicke ich nicht. Wer macht das? Dauert 10 Sekunden. Upload 0,7. Kann ich mal eine Sekunde Ruhe haben? Fuck. Die anderen interessiert das null, Alter. So, was dürfen wir uns mal hier weiter? Habt ihr eine Rattenplage oder was? Ja, so ähnlich wahrscheinlich. Lalalalalalalalalala. Da sind die Nächsten. So, finde ich jetzt schon ganz geil. Deshalb, ich werde jetzt mal aus Prinzip ganz schnell speichern. Ich kenne mich doch. Stealthy Krusty läuft doch nie so lange gut hier. Da sind zwei. Sitzen nur da. Und? Nichts. Sitzen nur da und gucken. Probierst, können Sie für eine verschissene Ewigkeit gucken? Ach, die Scheiße. Das war knapp. Das war knapp. Oh, Mann. Lalalala. Lalalala. Keiner sieht... Oh, Loot. Loot. Ich bin gleich weg. Ihr könnt nicht los. Oh, feindlicher Bereich. Wie unerwartet. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Ich jetzt nicht wieder... ...kamera im Korridor. Vermeite sie. Ist die an? Ich dachte, die Maul ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Hey, komm mal. Komm schon. Deaktiviere sie. Nice. Unterwegs. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der Extraeis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin. Mannschein. Zu viel Stuff. Oh, blaues Zeug. Blaues Zeug. Oh, Big Fish T-Shirt. Das hört sich gut an. Und noch ein T-Shirt. Könntest du dir immer noch einen WD hier holen. Geht aber nicht mit den Neuen. Er hat einen Sensor. Reagiert aber nur auf deine Bewegung. Hihi. Es geht aber langsam. Komm schon. Muss ich da jetzt eigentlich drauf bleiben, oder? Neue Modelle lernen dazu. Oh, scheiße. Komm schon. Zeug deine hässliche Visage. Suchen die mich jetzt? Hä? Komisch. Was zum... Mist. Mist. Scheiße. So scheiße langweilig. Ja. Ich hätte den nicht hacken sollen. Oh Gott, lass mich schnell wenigstens um dir. Geh, 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 geh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mist, da steht einer. Oh, blau. Da oben steht auch einer. Gibt's Klamotten? Das find ich ja schon wieder ganz geil. Warte mal da. Da oben ist auch noch einer. Ach du Scheiße. Wäre andere Seite cleverer gewesen. Überlege ich gerade. Aber da hinten guckt auch noch einer, wa? Ach, von oben bestimmt. Wissen wir, ich oben langgehe? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gott, oh Gott. Ey, das ist so. Oh, M16 Achilles. Oha. Ihr habt mich nicht gesehen. Alter Schwede, bitte, 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 bitte. Ich hab doch gedrückt. Dann nimm den mit. Dann nimm den mit. Leg den mit. Leg den doch ab, Mensch. Ach so, cool. Der macht hier nur ein Nickerchen. so rechts sind zwei, das ist doof die Frage ist, ob es jetzt sinnvoller ist unten lang zu gehen, wenn wir nicht hier schon die Treppe runter können aber vorher werfen wir mal kurz noch ein Oge hier lang okay Gott, Alter, so sneaky Missionen sind echt immer schwierig für mich am liebsten ich mal einfach durchlufen, Alter zack, Headshots und fertig ist oh, da schläft einer der bleibt gleich, der bleibt ewig schlafen, das sag ich dir so wie es ist oh, falsche Taste Gesundheits-Item-Upgrade oh, das ist aber schön schlafe mein Baby schlafe ruhig ein die sind so eng geschlafen Gott, der Nächste komm, 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 komm oh, Assassine schon ein bisschen geil, ne okay, das macht schon Spaß wenn du dann sagst hier, die kriegst du dann doch alle so ein bisschen was war doch hier gerade lila uh, was ist das denn Outlet Moment die haben eine Bistole gefunden die hieß irgendwie Outlet oder so das ist die hier die war meiner macht 81 Schaden mit hier war das, ne Alter, wenn wir die noch pimpen könnten, wa 200% Kopfschuss Schadensmultiplikator alter Schwede ja gut 175 naja gut wir haben unser aber dafür schon ein bisschen gepimpt ach scheiße das sitzen noch ein paar mehr muss ich den killen da hinten, ja finde den Wagen in der Lobby ach tja, was sagt ihr ich ahne das wird gleich in der Schießerei ausarten jetzt kommt dafür werden wir bezahlen okay, warte mal Mist ich ahne Mist, Mist ich ahne nur Schlimmes los bist du auf hier stehen schützt eure Hände ich steh in Stücke ja gleich oh Gott, oh Gott, oh Gott das war ein Fehler ich sieh's ja ein das war ein Fehler ja, ja, ich wiss los in den Wett im Ernst wie kann das sein es sollte der Kais komm schon was geht, dass die Scheiße alles sich nachlädt hier alles mal kurz nachladen alles ist nachgeladen ja, ja mach mal keinen Stress da ist eine Dingsflasch die wollte ich mach doch mal das fühlt sich an wie Hacken ja, ja Kopfschuss regelt okay das Fenster lässt nicht viel zu bestimmt dir sind noch ein paar gefallen ach, geh mal was zu essen mit hier essen geht immer ich wollte gerade schießen auf das Bein wüsste was Kontrollübernahme bitte ach kann ich das jetzt steuern das Ding schießt ja trotzdem auf mich das ist ja fies ich dachte ich hab das jetzt übernommen scheiß Teil komm raus dann geb ich dir den Bleirabatt naja gib mir mal Bleirabatt da hast du den Bleirabatt Mann ja los geht drauf da oben mein Gott das sieht ja aus jetzt hätten wir wieder ein paar Waffen verkaufen können kann man von dir noch was looten ich soll jetzt einen Wagen suchen ja finde den Wagen in der Lobby na mein Großer siehst ein bisschen unzufrieden aus mit deiner Bestellung so gleich ich seh da Lila was hieß das Lila Kreuz ich dachte jetzt hier guck ach über mir warte bin ich wieder da ins Rüber äh hochmännig hier Alter was bist du denn für jetzt drauf gehen wäre ich scheiße alter das wollte ich was hast du Lila ist für mich dafür habe ich mich jetzt nochmal drauf auf eine Schießerei eingelassen Alter Ach da guck mal das habe ich gesehen auf der Karte hey Geld Splitter he Knet steh weg Headshot rules würde ich mal mähen, wa? So. Verbinde dich mit dem Wagen. Das werde ich tun. Die Dinger sehen echt schon ein bisschen krypto-mäßig aus, ne? Können wir hier nicht auch unsere Waffen verkaufen? Nur mal schnell gucken. Bin gleich soweit. Naja. Liegt hier noch irgendwas Geiles, das wir so mitnehmen können? Hier gibt es bestimmt noch übertriebe Stuff, den ich nicht gesehen habe, ey. Ja, Leute, aber verbinden tun wir uns in der nächsten Folge mit dem Wagen, wa? Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich auch mich und meinen Kanal und ich ahne ganz hart, wenn wir uns hier verbinden, passiert noch irgendwas und wir kriegen hart aufs Maul. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal.